die kommen ja doch bestimmt durchs wasser ja natürlich da oben ist einer ich habe den zweimal mit der windfield getroffen warum ist er nicht umgefallen ich verstehe das nicht scheiße hier oben rahmen aufgeschreckt bei mir ja 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 direkt auf Hat nen Hit? Ja, ist schön, der ist gut. Scheiße! Mich hat den oben genietert mit der Schrotflinte. Hit! Markieren. Also ich meine halt halten, das ist einer, oder vielleicht war das auch noch ein Gorant. Oh! Und einer ist weiter rechts. Ja, irgendwie da so. Ja! Hinten beim Haus. Ne, einer hat einen da empfohlt. Hat nen der gehabt? Hat auch nen Hit, der empfohlt. Ja. Hast du was zum Burnen da? Durch Zufall? Kannst hier kurz umgucken? Ja, hier sind zwei Laternen. Ja, ja, ja. Auf mich wird geschossen. So von rechts. Ja, der Sox hat natürlich das Wasser gestrickt. Mhm. Ja, hinten bei der Hütte. Ah, scheiße. Hinten da, wo er ist. Da so bei der Hütte. Okay. Habe ich Müllungsfeuer gesehen. Ach kacke, hier ist ne Lampe gewesen. Nicht drauf geachtet. Wow. Vielen Dank. Ja, der ist ausgebrannt auf jeden Fall. Also gleich. Ich gebe ihm noch 20 Sekunden und er ist tot. Bei mir hier. Scheiße. Da das Hebel. Sehr schön. Schnell, renn, 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 renn. Hallo, was ist denn hier? Egal, kann doch nicht sein. Pass auf, lass mich davor. Jetzt. Noten. Gibt es vielleicht irgendwas, was er dir gibt? Madpack war, ich meine, da an der Hütte. Genau da. Spitzel genommen. Geht auch, ja. Also, wie der sich hier im Boden steckt. Nice, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ich sollte vielleicht mal nachladen, wa? Aber von dem Typ, da war noch einer mit dem braunen Mandel. Also muss auch noch einer da sein, Aldi? Ja. Wir wissen ja eh, wo wir sind, von da her. Oh ja, einer hier. Oh, fuck, fuck, fuck. Hat zwei Hütze. Sehr schön. Das war die, die mich umgeleckt hat, glaube ich. X, pass auf. Ja, ja, alle gut. Sie sieht dich doch aus der Richtung der Typ. Alle gut, alle gut. Ich hole was zum Bern. Da ist er. Ach man, warum kein Headshot? Tja. Ach, das ist der Schwarzmann. Morgen Schwarzmann. Kannst du hinter der Hütte lang renn mich retzen? Jürgen. Dürfte es eigentlich recht gefahrlos hinkommen. Guck aber vorher nochmal. So, da drüben liege ich. Da ist der Typ. Er sieht dich nicht. Wird aus der Richtung. Sneakt da am Wasser beim Schilf rum. Oh, nee, da oben ist auch noch einer. Hat einen Head, ja. Ich fliege recht gut eigentlich. Besten Fall, hebe ihn auf. Dann kriegen wir wenigstens die XP. Steppe da mal einer rum. Ja, try it. Try it. Versuch's. Schnell, da ist noch nicht da. Danke, danke. Aber schnell weg. Oh, 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 oh. Irgendwo auf dem Stich. Ich glaube, der holt seinen Mann gerade. Aber der Typ, der ist so rausgebrannt. the Memphis隊. Oh, oh. Oh, auch an Stich. Parkier ihn. Ich hab einen umgeniedelt. Einer ist auf dem Stuhl im nächsten Menü. Da wo ich war. Hier oben ist auch noch einer. Da oben. Ja genau, das wird ja sein wahrscheinlich, oder? Magst du hinter der Wand versuch, mich hier aufzuheben? Um der Ecke rum? Nein, da hat mich ihm das Park so umgeniedelt. Oh Scheiße. Hebe schnell Max auf. So, passt auf. Da ist er. Da oben. Ja, 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 ich boh Rätsel. Hä? Was war das? Wie viele sind denn hier noch, Alvar? Sag mal, das ist ja Wahnsinn. Noch zwei. Einer ist unten da rechts. Und der andere da im Wasser, klar aus. Uh. Uh. Next links und links. Geh rein. Aber ist auf die Spinne. Mhm. Nicht, dass sie dir einen Rest gibt. Die rennen hinten wieder raus. Auf, der eine ist links. Nein, Spider. Nein. Don't. Also, ich will mich verarzten, aber brauch gar nicht mehr. Vielen Dank. Ah, ich brenne. Na gut, was zu erwarten. Ah, ich brenne. Das war aber keine, oder? Das war nur ein Ast. Hm, vielleicht habe ich doch keine 3. War der Ast da vielleicht doch nicht wirklich tot umgefallen. Aber 6 ist doch okay. Nee, ich habe 3 getötet, ja. Alter, nice. 3 ist ja. 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 Ja.